Was ich machen soll, um zu rechtfertigen, was da passiert ist? Dass es dir leidtut? Ist dir klar, dass ich während der ganzen Zeit, in der wir zusammen waren, dir gegenüber wahnsinnigen Münderwertigkeitskomplexe hatte? Das ist echt witzig. Du bist genau wie jeder andere Kerl auf diesem Fall. Du bist ein Lügner und ein Schwein. Du wolltest wissen, wie ich mich fühle. Jetzt weißt du es. Jetzt we seçens. Es zu Maine to apologize. Untertitelung des ZDF, 2020